Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüssen, schön seid ihr heute da. Ich habe heute einen Stein dabei. Solch einen Stein kann man stolpern, kann sich daran stossen. Solcher Stein kann aber auch zu einem Trittstein werden. Am richtigen Platz platziert kann er uns Gutes erweisen. Das ist das Thema der heutigen Predigt, verändert durch Versuchungen oder verändert durch Probleme. Ich lese dazu den Predigtext aus Jakobus 1, die Verse 2 bis 4, verändert durch Versuchungen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wir sind in einer Serie bei mir, bei meinen Predigten, so zum Thema Umgestaltung ins beste Design. So verändert werden ins Bild von Jesus. Und jetzt kommen wir zu dieser dritten Predigt, was jetzt heute um Versuchungen geht, um Prüfungen. Das ist kein gutes, kein schönes Thema für uns, aber gemäss der Bibel ganz ein wichtiges. Und ich habe meine Predigt wie so in drei Teile aufgeteilt heute. Im ersten Punkt wollen wir uns Gedanken machen, was sagt denn die Bibel uns zu Prüfungen, zu Versuchungen? Was lernen wir aus diesem Bibeltext hier? Dann ein zweiter Punkt und wie können wir Versuchungen überwinden, Prüfungen bestehen? Und am Schluss noch, und was ist, wenn wir mal eine Prüfung nicht bestehen? Ich möchte beginnen, dem ersten Punkt, so über Versuchungen. Zunächst einmal sehen wir in unserem Bibeltext, dass Versuchungen, Prüfungen normal sind. Es steht hier das Wort wenn. Das ist nicht so das Falls, sondern es meint mehr ein Dann. Das ist ein spezielles griechisches Wort, nicht das normale Wenn. Es meint so, so oft ihr in Prüfungen fallt, freut euch. So oft oder wann. Es wird immer passieren, das ist ganz klar für die Bibel, dass wir in Versuchung geraten, dass wir geprüft werden. Man kann das Wort, das hier erscheint, für Prüfungen übrigens auf zwei Arten hin übersetzen. Auf der einen Seite so die Versuchung im Sinne von Verlockung, Verführung. Dieses Wort Pairasmois, das kann auch Prüfung meinen. Das ist das genau gleiche Wort im Griechischen. Manchmal übersetzt man es mit Versuchung, manchmal mit Prüfung. Vielleicht kann man ganz grob unterscheiden. Wenn der Teufel wie im Hintergrund steht, dann übersetzen wir das Wort am besten mit Versuchung. Der Teufel möchte uns verführen. Er möchte uns von Gott wegbringen, vom rechten Weg. Er versucht uns. Er lockt uns. Und wenn Gott wie dahinter steht, dann übersetzen wir besser mit Prüfung. Gott prüft uns. Er möchte, dass wir die Prüfung bestehen. Dass wir im Glauben wachsen. Dass wir standhaft werden. Dass wir das vollendete Werk erreichen. Versuchungen sind im Leben eines Christen also völlig normal. In jedem Leben von uns. In einem gewissen Sinne kann man Versuchungen auch als Kompliment verstehen. Wenn du auch versucht wirst, ist das wie ein Kompliment, dass der Teufel dich hasst. Dass du ihm nicht egal bist. Der Teufel muss ja nicht Menschen verführen, die sowieso schon böse leben. Nein, er verführt Menschen, die Gott dienen wollen. Walter Lütti, er war ein Schweizer Pfarrer. Er verglich den Teufel mal mit einer Katze. Und er sagt, Katzen jagen ja nicht tote Mäuse. Katzen jagen nur lebende Mäuse. Und dann sagt Walter Lütti, der Teufel jagt nicht toten Weltmenschen oder halblebenden Christen nach. Ihn gelüstet nach lebendiger Speise. Die schlimmste Versuchung für uns ist, wenn wir gar nicht versucht werden. Wenn es gar kein Problem mehr ist. Lebst du noch als Christ, dann weisst du auch, was Versuchung ist. Andererseits sind Versuchungen auch Prüfungen, die auch Gott bewusst in unserem Leben zulässt. Sie sind auch deshalb für uns ganz normal, weil Gott unseren Glauben wie testen will, dass wir bestehen können. Dann lernen wir aus unserem Text auch, dass Versuchungen, Prüfungen, obwohl normal, alles andere als leicht sind. Sie sind oft sehr, sehr schwierig. Es steht da, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ich meine, wenn hier stehen würde, dass ihr eine Prüfung im Leben habt und dann könnt ihr darauf lernen und dann habt ihr sie bestanden, dann wäre das ja kein Problem mehr irgendwann. Aber es steht hier verschiedenster Art. Da kommen immer wieder neue. Und wieder eine ganz andere Art von Versuchung. Und ich muss sagen, nicht jede Versuchung ist für mich gleich verlockend. Es gibt Versuchungen in meinem Leben, da habe ich überhaupt kein Problem. Also es sind für mich gar nicht wirklich Versuchungen. Da denke ich also, das Problem, das der hat, kann ich überhaupt nicht. Und dann gibt es andere Dinge. Da spüre ich die Versuchung umso stärker. Ich kann vielleicht Versuchungen wie mit dem Köder an einer Angel vergleichen. Vielleicht seid ihr auch schon Fischen gegangen. Nicht jeder Köder ist für jeden Fisch gleich geeignet. Es kommt auf den Köder an. Und so ist das auch bei uns. Nicht jede Prüfung, nicht jede Versuchung ist für uns gleich verlockend. Vielleicht kannst du dir mal überlegen, wann erlebst du die stärksten Prüfungen, stärksten Versuchungen. Vielleicht an welchem Wochentag. Zu welcher Uhrzeit. Vielleicht auch die Frage, ja wo genau. Ist das zu Hause? Oder am Arbeitsplatz? Vielleicht im Haus des Nachbarn, der Nachbarin? An einer Bar, im Ausgang, in einem Hotel? Da gibt es die Frage, wer führt mich denn in Versuchung? Sind das meine Freunde, die mich verführen? Sind das unbekannte Menschen? Vielleicht meine Arbeitskollegen? Oder ist es vielleicht auch meine Einsamkeit? Wo ich am meisten versucht bin. Es gibt unzählige Momente der Versuchung. Für einen Schüler ist es vielleicht die Schule mit dem Abschreiben, mit dem Mobben. Für andere ist es vielleicht das Einkaufszentrum ein Ort der Versuchung. Wieder für andere ist es das Internet. Ich meine, das Internet ist ein riesiger Segen, was man da alles findet. Und gleichzeitig auch unglaublich, was man sonst noch alles findet. Vielleicht ist es für jemanden auch Alkohol, Zigaretten, Genuss, Suchtmittel so. Und man merkt, ah, dafür spüre ich einen starken Drang. Und dann gibt es unzählige verborgene Versuchungen. Neid, Eifersucht, Hintenrumreden, Tratsch und Klatsch. Das ist für viele auch eine ganz, ganz starke Versuchung. Wir kennen ja die Orte der Versuchung voneinander nicht so. Sind wir auch eigentlich sehr dankbar dafür, dass wir nur selbst kennen. Aber wir kennen unsere Orte der Versuchung. Und ich meine, auch der Teufel kennt sie. Petrus, er warnte uns, er schrieb, Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Eine Wildkatze. Auf der Suche nach lebendigem Fleisch. Jetzt habe ich euch einige offensichtliche Formen der Versuchung, wie erwähnt, Beispiele gemacht. Und ich denke, ihr seid mit mir einig, dass wenn man diesen Versuchungen nachgibt, dann sündigt man in der Regel. Das ist eine Verführung. Und dann sündige ich. Und das ist wie dann eine Mauer, die sich da aufbaut zwischen mir und Gott. Und so möchte der Teufel uns mit dieser Versuchung wie von Gott trennen. Jetzt gibt es aber auch noch Prüfungen in unserem Leben. Da gebrauchen wir das Wort Sünde nicht so schnell. Es sind viel mehr Prüfungen, da geht es um das Existenzielle. Da geht es darum, dass wenn wir die Prüfung nicht bestehen, wir nicht einfach ein bisschen ein Mäuerchen so aufbauen oder eine Mauer, sondern wie in der Gefahr stehen, Gott ganz aus unserem Leben zu entfernen. Ich denke, zum Beispiel, wenn man enttäuscht wird von anderen Christen. Und jeder Christ wurde schon enttäuscht. Mehr oder weniger. Und man wird dann enttäuscht von dem Bodenpersonal Gottes, oder? Und dann hat man wie so das Gefühl, warum tue ich mir das überhaupt an? Ich brauche doch die Gemeinde gar nicht. Also wenn die es so tun, das brauche ich nicht. So schnell kommt der Gedanke. Und wisst ihr, am Anfang hat man vielleicht noch das Gefühl, ich und mein Jesus, das geht ja schon, oder? Ich brauche doch die Leute da gar nicht. Ich und mein Heiliger Geist. Ich und meine Bibel. Wir haben heute, so ist man sich einig, in der evangelikalen Welt eine eklisiologische Krise. Das meint eine Krise, weil wir nicht mehr die Bedeutung der Gemeinde verstehen. Wir brauchen die Gemeinde ja gar nicht mehr. Diese Krise hat sich verschärft durch Corona. Wenn man einander auch nicht mehr sehen kann, wozu brauche ich Gemeinde noch? Und ganz viele, meine ich, wahrscheinlich einige, sind durch dieses Jahr auch wie von der Gemeinde weggekommen. Ich brauche es ja gar nicht. Brauche es ja gar nicht. Warum tue ich mir das eigentlich an, wenn ich auch gemütlich zu Hause liegen kann, sitzen kann? So eine starke Versuchung so. Oder wenn man irgendetwas im Leben verliert, was einem sehr wichtig war. Vielleicht die Arbeitsstelle. Einen lieben Menschen. Sonst irgendeinen Schicksalsschlag erlebt. Vielleicht verliert man auch die Gesundheit. Wird schwer krank. Dann kommt die Frage in uns hoch, so. Gott, wo bist du? Hast du mich vergessen? Habe ich vielleicht gesündigt, dass du mich jetzt bestrafen musst? Sagst du so, Gott, wo bist du? Wir stehen in der Gefahr, Gott wie den Rücken zu kehren. Das sind schwere Dinge. Ich möchte die auf keinen Fall verniedlichen. Die sind wirklich schwer auch. Es gibt aber auch gute Dinge, die uns zur Prüfung werden können. Ich denke da immer ans Lied. Vielleicht schon ein bisschen ältere Lied. Das Lied, das so lautet Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. Ich meine, das sind sechs wunderbare Dinge. Also, wenn ich wählen könnte, hätte ich gerne ein bisschen mehr Geld. Und Ehre, also, klar, das kann ich euch jetzt nicht zugeben, aber das gefällt mir schon auch. Und Einfluss, ja, Macht, Reichtum und so. Und dann lautet das Lied so weiter, All das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden. Nein, wir wollen immer mehr. Und doch bleiben unsere Herzen leer. So, die Versuchung des Guten. Dass wenn wir all das haben, wozu brauche ich dann Gott noch? Ich habe es ja. Prüfungen sind schwierig. Und jetzt kommen wir zum überraschenden Punkt in diesem Text. Prüfungen sind positiv. Jakobus schreibt da, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Freude. Und ich denke, Jakobus, wie kannst du nur? Und dann sehe ich bei Paulus Römer 5, dass der genau das Gleiche schreibt, dass Bedrängnisse gut sind. Dann sehe ich bei 1. Petrus 1,6, dass er sagt, freut euch und jubelt, wenn ihr Prüfungen erlebt. Und ich denke, hallo. Was sind das für Brüder da in der Bibel, die diese Bibel geschrieben haben? Ich kann mich doch nicht freuen, wenn ich Prüfungen erlebe, wenn ich versucht, wenn ich all diese Schwierigkeiten habe. Ich muss euch ganz ehrlich zugeben, so im ersten Moment, das macht etwas mit mir so. Da kann ich nicht zustimmen. Freude. Prüfungen verschiedenster Art. Aber die Bibel ist eindeutig. Soll uns freuen. Warum? Weil etwas Gutes daraus entstehen kann, wenn wir die Prüfung bestehen. Ich erinnere mich noch gut an meine Fahrprüfung. Ihr vielleicht auch an eure. Vor gut 15 Jahren in Friburg. Friburg ist ja die Stadt der Kreisel. Da gibt es viele, viele Kreisel und manchmal sogar auch Lichtsignale vor dem Kreisel und nach dem Kreisel. Und das ist eine ganz spezielle Stadt. Und ich musste dort meine Prüfung machen. Ich habe natürlich gelernt, wie man Kreisel fährt. Und dann war ich so nervös bei der Prüfung, neben mir der Experte. Und dann, oder? Bei der Prüfung muss man ja ganz gut so Innenspiegel, Sittenspiegel, dann Seitenblick so. Also Innenspiegel, Aussenspiegel, Sittenblick. Und das macht man ja bei der Prüfung ganz extrem, dass der Experte auch sieht. Ich habe es begriffen. Und dann fahre ich so raus, der Blinker gestellt im richtigen Moment. Im Friburg muss man übrigens auch für in den Kreisel hinein schon den Blinker stellen. Das ist noch speziell. Also der Blinker gestellt und dann gewechselt so. Und dann, um rauszufahren so. Und dann fahre ich raus und dann sehe ich, links kommt ein Fussgänger auf diesen meterlangen Kreisel da in der Stadt. Der ist riesig. Und ich habe so innerlich das Gefühl, wenn jemand auf den Fussgängerstreifen tritt, muss man bremsen, oder? Egal, wie lange der Fussgängerstreifen ist. Und voll Bremse. Der Experte so nach vorne gekippt und so. Ich habe gedacht, so, jetzt bin ich bestimmt durchgefallen. So war dann die restliche Prüfung, war dann für mich mehr so mit dem Gefühl verbunden, ich habe eh nicht bestanden und so. Dann beim Einparkieren wurde es auch noch knapp. Ich habe es dann noch geschafft. Und dann kommt der Experte am Schluss und sagt, Herr Kradolfer, 4,0, das war also sehr knapp. Eher aufgerundet. Ich habe gedacht, es ist mir gleich. Hauptsachsbilett. Heute bin ich sehr dankbar für diese Prüfung. Ich bin sehr dankbar, ist die hinter mir. Und ich bin auch dankbar für jede andere Prüfung in meinem Leben, in der Schule, für die ich nichts gelernt habe, wenig oder auch viel, und die ich bestanden habe. Aber ich möchte diese Prüfungen nicht mehr erleben. Klar, ich bin ein Mann, ich bin überzeugt, ich würde heute die V-Prüfung locker bestehen. Aber es ist gerade gut, dass ich nicht nochmal muss. Wäre mir dann doch schade um die Zeit. Wir sind dankbar für Prüfungen, die wir erlebt haben. Aber wir möchten Prüfungen oft nicht mehr erleben. Was entsteht denn aus diesen Prüfungen, die Gott uns da zumutet? Wir lesen, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Aber natürlich in meiner Vorbereitung diesen Text vom griechischen Herr auch selbst übersetzt. Und dann gesehen, dass es hier wie drei Glieder einer Kette gibt, die da entstehen aus der Prüfung, die wörtlich folgendermassen lauten. Zuerst ein echter oder ein Glaube der Echtheit, wörtlich ein echter Glaube. Dass diesem echten Glauben entsteht, Standhaftigkeit oder Geduld, wörtlich drunten bleiben. Und daraus dann, dass ein vollendetes Werk steht da, vollendetes Werk. Echter Glaube. Wenn wir eine Prüfung erleben und sie bestehen, dann zeigt uns das, dass unser Glaube echt ist. Angenommen, du wirst schwer enttäuscht von anderen Gläubigen. Und du bleibst trotzdem Jesus treu in seiner Gemeinde. Dann zeigt das, dass der Glaube echt ist. Dass da echter Glaube ist. Und ich möchte es vorsichtig formulieren, aber ich denke, wenn wir da alles über Bord werfen, dann war vermutlich der Glaube vorher auch nicht echt. Vermutlich. Oder Standhaftigkeit, die daraus entsteht. Hypomone. Das drunten bleiben. Das meint so, dass wir nicht ausbrechen aus Belastungen. Und als Seelsorger höre ich ja immer wieder von ganz, ganz schwierigen Situationen im Leben von gläubigen Menschen. Schwierige Situationen am Arbeitsplatz. Denke hier an eine Frau. Unglaublich, wie die unfair behandelt wird. Zumindest, was sie mir sagt. Unglaublich, wie diese Person leidet. Und ich denke an jemanden, der sehr schwer hat in der Ehe. Jahrelang. Jahrzehnte gelitten. Unglaublich. Und ich denke an Mütter, vielleicht vor allem, vielleicht auch Väter, vor allem Mütter, die so leiden, auch unter den Kindern so, vielleicht manchmal ausbrechen möchten. So bei uns zu Hause sind das die kleinen Kinder, da erlebe ich das selbst mit. Aber auch gehört im Teenager-Alter erleben dann viele auch wieder so den Moment, wo man einfach wie nimmt Schlag und so. Und wie ausbrechen möchte. Und die Standhaftigkeit meint, und ich bleibe drunten. Ich bleibe, ich breche nicht aus. Ich bin standhaft. Nur in der Schule der Anfechtung können wir tragende Christen werden, sagte jemand. Und Gerhard Mayer, dieser bekannte Bibelausleger, schreibt zu diesem Vers, Heute sind tragende Christen dringend gesucht. Christen, die man ertragen muss, gibt es genug. Ein bisschen scharf vom Gerhard Mayer, aber ja. Christen, die man ertragen muss, gibt es genug. Solche, die andere tragen, die sind eher mangelbar. Dann das dritte, das vollendete Werk. Was ist das vollendete Werk? Was ist hier gemeint? Gemäss meinem Erkenntnisstand, auch von Matthäus 24, 13 her, ist damit zunächst einmal gemeint, dass wir bis zum Schluss Jesus Christus treu bleiben. Ausharren. Auch in der Versuchung, in der Verfolgung. Ausharren. Aber so von der ganzen Bibel her meint das vollendete Werk auch so, diese Umgestaltung ins Bild Jesu. Dass wir ihm ähnlich werden. Dass wir reif werden im Glauben. Erwachsen im Glauben. Und die Ausleger sind sich hier einig, dass das, was Jakobus Werk nennt, nennt Paulus Frucht. Das ist kein Widerspruch, Gegensatz. Das ist, eigentlich meint Jakobus das, was Paulus mit Frucht meint. Das, was entsteht aus dem Guten. Und wenn es hier um Frucht geht, dann denke ich natürlich vor allem auch an die Frucht des Geistes. Wir kennen da diese neun Fruchtschnitze dieser Frucht, die da sind. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Aber so überlegt, wie entsteht denn diese Frucht in unserem Leben? Die Frucht des Geistes. Entsteht die einfach so von einem Moment auf den anderen? Dann haben wir die Liebe und die Freude und den Frieden. Nein. Ich glaube vielmehr, diese Frucht entsteht bei uns, indem Gott es zulässt, dass wir in Situationen kommen, in denen wir genau gegenteilig reagieren möchten als diese Frucht. Da schenkt Gott uns zum Beispiel Menschen, die sind alles andere als liebenswürdig. Oder dann lässt es Gott zu in unserem Leben, dass wie ein totales Chaos entsteht irgendwie. Alles nur mal drunter und drüber geht. Und dann lässt es Gott zu, dass wir in die Tiefen der Verzweiflung geführt werden. Wisst ihr, es ist einfach zu lieben, wenn wir geliebt werden. Liebenswürdige, liebenswerte Menschen lieben. Das kann jeder. Es ist einfach, so die Freude zu empfinden, wenn alles rund läuft im Leben. Und es ist auch einfach, den Frieden zu empfinden, wenn man einem schönen Sonnenuntergang entgegenblickt oder sich in den Ferien entspannt. Aber es ist ganz etwas anderes, wenn der andere einfach nervt und man überhaupt nicht sympathisch ist. Es ist etwas ganz anderes, wenn alles im Chaos versinkt bei uns und nichts mehr rund läuft. Und dann zu lieben. Und dann Freude zu haben. Und dann den Frieden zu spüren. Das ist das, was Gott bei uns bewirken will. Also eigentlich kann man sagen, die Prüfung besteht eigentlich immer in zwei Wegen. Wir sind immer so in eine Prüfung hineingestellt, wo wir uns entscheiden müssen, reagiere ich jetzt normal? So wie mein alter Mensch? So wie jeder sonst? Ganz natürlich? Oder reagiere ich Jesus-mäßig? Jesus-like? Wie reagiere ich? Das ist so die grosse Prüfung, in die Gott uns immer hineinstellt. Reagiere ich so wie jeder? Ganz natürlich? Oder Jesus-mäßig? Das so zum Thema über Versuchungen, über Prüfungen. Das wird aus diesem Text lernen können. Und jetzt so die Frage, wie können wir Prüfungen bestehen? Und da habe ich jetzt wie bei den letzten Predigten einfach mir Gedanken gemacht von der ganzen Bibel her. Was lernen wir? Was habe ich gelernt? Und vielleicht lernt ihr in eurem längeren Leben andere Dinge, die auch hilfreich sind. Dann auch gut. Vielleicht ein paar einfach hilfreiche Tipps, nenne ich es mal. Wie wir Prüfungen bestehen können, wenn wir auf das Wort Gottes hören. Erstens, zunächst einmal sollten wir erkennen, wie verwundbar wir sind. Jeremiah 17, 9 steht, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wir sind Fachleute darin, uns selbst zu täuschen. Ein bekannter Bibellehrer, Pastor, sagte mal, schrieb mal, unter den richtigen Umständen ist jeder von uns zu jeder Sünde fähig. Unter den richtigen Umständen. Fähig. Das ist keine Entschuldigung. Aber eine Erklärung. Wir sind zu jeder Sünde fähig. Das ist meine Erkenntnis der letzten Jahre. Auch als Christ. Ich bin zu jeder Sünde fähig und Gott dankbar für seine Gnade, dass ich nicht jede Sünde tue. Unter den richtigen Umständen ist jeder von uns zu jeder Sünde fähig. Wenn du jetzt denkst, nein, ich nicht. Dann beachte, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle, sagt Paulus. Sobald wir den Eindruck haben, ich stehe wie über der Versuchung, ich stehe wie drüber, ich stehe drauf, kein Problem, ich werde da niemals zu Fall kommen, dann wird der Moment kommen, wo wir fallen. Dann sind wir sehr erstaunt über uns. Und wenn wir das erkannt haben, ich bin so verwundbar, dann werden wir uns nicht fahrlässig in Situationen begeben, in denen wir fallen werden. Ich staune manchmal, wie Christen sich fahrlässig in solche Situationen begeben können, wo wie klar ist, da muss man ja sündigen. Oder wenn jemand merkt, das Internet ist für mich so eine ortsstarker Versuchung, dann ist es doch sinnvoll, wenn man auch schaut, dass man da vielleicht einen Filter hat oder was auch immer. Oder wenn man merkt, wenn ich einsam bin und enttäuscht und dann habe ich zu viel Alkohol zu Hause. Dass man schaut, dass halt kein Alkohol mehr da ist. Oder wenn man merkt, wenn ich müde bin abends und ausgelaugt, vielleicht viertel vor zwölf und wenn ich dann noch ein Mail schreibe, das sollte ich nicht. Dann sollte man vielleicht einen Schutz einstellen, dass keine Mails mehr rausgehen. Ich beispielsweise, jetzt nicht solche Mails, aber auch andere, ich mache dann übermitteln um sieben Uhr. Also wenn ihr mal ein Mail von mir um sieben Uhr bekommt, dann bestimmt nicht live. Was kann man einrichten bei Outlook und so? Vielleicht einfach mal in den Postausgang abspeichern und schauen, dass da noch keine Mails rausgehen. Dann zweitens, nicht auf die Versuchung schauen, sondern auf Jesus. Bei der Versuchung geht es ja meistens darum, dass wir ein Loch füllen wollen. Der Teufel macht uns wie so eine Sehnsucht gross. Hat er schon bei Adam und Eva so gemacht? Nimm das, ist gut und so. Du brauchst das. Sagt er dir vielleicht, nimm es, es tut dir gut. Es steht dir zu, so wie der dich behandelt hat. Darfst du das jetzt sicher gönnen? Mach es. Du fühlst dich dann besser. Es tröstet dich. Und dabei will der Teufel nur stehlen, schlachten und umbringen, sagt Jesus. Jesus aber sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Leben im Überfluss. Jesus möchte unser tiefstes Loch füllen. Und er will uns bewahren davor, dass wir uns selbst zerstören. Wenn wir Prüfungen bestehen wollen, sollten wir uns nicht zu sehr mit der Prüfung, mit der Versuchung beschäftigen, sondern mit Jesus. Es ist wie beim Autofahren. Nee, die Baumine. Nee, die Baumine. Bei meiner ersten Fahrstunde hat mich der Fahrlehrer darauf hingewiesen, dass wenn ein grosser Lastwagen kommt, ich den nicht anschauen sollte. Dann auf die Fahrbahn. Das ist ganz klar, dort wo man hinschaut, dort fährt man hin. Je mehr wir uns mit der Versuchung beschäftigen, desto stärker wird das Verlangen. Es gelingt uns in der Regel nicht, Gedanken zu bekämpfen. Der Gefühle geht nicht. Wird nur noch stärker. Und deshalb ist der Schlüssel darin, dass wir weg von der Versuchung auf Jesus schauen. Wenn ich den ganzen Tag sage, heute Abend werde ich nicht trinken, heute Abend nicht, heute Abend nicht, heute Abend nicht, nein, heute ganz sicher nicht, nein, Jesus, hilf mir heute nicht. Heute Abend werde ich nicht, heute nicht. Dann werden wir es tun. Es wird immer noch stärker, das Verlangen. Besser die Gedanken auf etwas anderes lenken. Ich sage, der Seelsorge oft beschäftigt dich nicht mehr mit dieser Versuche, sondern schau, dass du in deinem Leben einen Rhythmus hast, wo Jesus Christus im Zentrum steht. Denk hier an die geistlichen Übungen, dass wir regelmässig in der Bibel lesen, beten. Leider, leider ist es so, dass viele Christen, wenn sie wie so über diesen Stein gestolpert sind, dann hingefallen sind und im Schmutz liegen, dann nicht mehr den Mut haben, so jetzt noch vor Gott zu treten. Zu denken, nein, also so dreckig, wie ich jetzt bin, kann ich nicht mehr gegen Wort Gottes kommen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du mal hingefallen bist, dann hat der Teufel den ersten Sieg. Gib ihm den zweiten, nicht auch noch, dass du liegen bleibst. Jetzt erst recht zu Jesus. Und das Dritte, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir nicht alleine bleiben. Predigerbuch steht, zwei haben es besser als einer allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Die Erfahrung lehrt uns, dass gewisse Versuchungen wir nicht bestehen können, alleine. Wir jemanden brauchen. Du musst nicht die ganze Welt über deine Probleme und Versuchungen in Kenntnis setzen. Aber vielleicht so einen Freund, eine Freundin, sollte jeder haben. Manchmal hätte ich so gefragt, wo ist denn der Freund? Ich kann dir den nicht geben. Ich kann dich nur ermutigen, bete, dass Gott dir diese Person schenkt, wenn du keine hast. Wir brauchen einander. Der Teufel möchte uns wie so einreden, weisst du, das Problem, das du hast, die Versuchung, die für dich schwierig ist, das ist nur dein Problem. Alle anderen haben das Problem nicht. Weisst du, wenn du nur richtig gläubig wärst, die anderen da in der Gemeinde, die kennen dieses Problem nicht, nicht nur du. Dabei ist die Wahrheit, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Vielleicht die Versuche ein bisschen unterschiedlich ist, aber wir sind alle im gleichen Boot. Jemand sagt dir mal, worüber du nicht reden kannst, das hat Macht gewonnen in deinem Leben. Wenn wir über etwas nicht reden können, wird es ganz gefährlich. man spricht dann im Volksmund von Leichen im Keller, die einstehen können. Ich sage, worüber du reden kannst, das verliert die Macht. Sonst Licht kommt, kann das Böse nicht mehr gedeihen. Es ist wichtig, dass wir Menschen haben, denen wir darüber reden können. Und an dieser Stelle möchte ich einmal mehr betonen, wie wichtig gerade auch eine Kleingruppe ist, eine verbindliche Gruppe, ein Hauskreis. Wir brauchen es, dass man für uns betet. Wir brauchen es, dass wir ermutigt werden. Sonst jemand sagt, hey, kämpf wieder, gib nicht auf. Wir brauchen so diese Gruppe von Menschen. Es ist auch eine Erkenntnis aus dem letzten Jahr von vielen Gemeinden, dass im letzten Corona-Jahr diejenigen Christen mit einer verbindlichen Kleingruppe besser durch diese Krise glaubensmässig gekommen sind. Wenn man sich im Großen nicht mehr treffen kann und das Kleine noch hat, das ist unglaublich wertvoll. Jetzt habe ich ausgeführt, bis jetzt, dass Versuchungen, Prüfungen zu unserem Christsein gehören, dass sie nicht einfach sind, aber gemäss Gott positiv. Ich habe drei Hinweise gegeben, wie wir Prüfungen bestehen können und jetzt könnte der Eindruck entstanden sein, okay, eins, zwei, drei, zack, prüfig bestanden, so geht das. Dann werde ich Jesus ähnlicher. Leider, leider ist es nicht so. Leider passiert es immer wieder, dass wir Prüfungen nicht bestehen. Und wisst ihr, wenn wir nur diesen Bibeltext hier betrachten, dann könnte auch der Eindruck entstehen, ja, Prüfung, zack, bumm, und ihr hast Bestand und so geht das. Es ist immer wichtig, wenn wir einen Bibeltext lesen, dass wir ihn in den Kontext stellen. Den Kontext des ganzen Buches, auch in den Kontext der ganzen Bibel. Und was ist so im Zentrum der ganzen Bibel? Das Evangelium. Und das Evangelium lautet nicht, also diese gute Botschaft lautet nicht, bestehe die Prüfung und dann nimmt Gott dich an. Lautet auch nicht, bestehe die Versuchung und Prüfung und dann, dann hast du es gepackt. Das Evangelium lautet, ein anderer hat die Prüfung bestanden. Das ist die gute Botschaft. Ein anderer, Jesus Christus, wurde versucht wie wir. Versuchungen aller Art war Jesus ausgesetzt. Für mich ist das so ein Hinweis darauf, dass Jesus jede Versuchung, die wir haben, wie selbst auch erlebt hat. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Das Evangelium lehrt uns, dass ich in mir selbst so viel sündiger bin, als ich je gedacht habe. Ich werde immer wieder fallen. Und wenn wir versucht werden und fallen und dann merken wir, boah, da ist so viel alter Mensch noch in mir. So viele unerlöste Züge sind da noch in mir. Und wir sind wie erstaunt. Aber das Evangelium lehrt uns, dass wir gar nicht erstaunt sein müssen. Wir sind in uns selbst noch viel sündiger, als wir je gedacht haben. Aber das Evangelium lehrt uns auch, dass wir in Jesus Christus noch viel geliebter sind, als wir je hätten hoffen können. So geliebt. Jesus Christus, er wurde versucht wie wir und er hat die Prüfung bestanden. Jesus Christus hat an meiner Stelle die Prüfung schon bestanden. Jesus hat an meiner Stelle auch die Strafe getragen, die ich verdiene, weil ich die Prüfung so oft nicht bestehe. Das ist Evangelium. Wenn wir das heute Morgen nicht beachten, dann stehen wir in einer ganz neuen Versuchung, nämlich, dass wir dann, wenn wir die Prüfung bestehen, denken, ich kann es, ich bin es. Darf ich sagen, ich bitte Sie bis hier. Ich kann es. Wisst ihr, die anderen, wenn die nur auch so wie ich, dann, wenn wir das Evangelium nicht im Zentrum unseres Lebens haben, dann werden wir hochmütig, arrogant, unausstehlich. Dann haben wir kein Verständnis für andere. Und was ist, wenn ich die Prüfung nicht bestehe? Wenn ich wieder darüber stolpere? Und ich habe das Evangelium nicht begriffen? Dann versinke ich im Selbstmitleid. Dann kann ich nur nicht. Es ist keiner so schlimm wie nicht. Wie konnte ich nur? Darf doch einem Christen nicht passieren. Aber im Evangelium verstehe ich, dass ich nicht verzweifeln muss, wenn ich auch mal falle. Aber auch nicht hochmütig werden soll, wenn ich nicht falle. Das ist Evangelium. Gute Botschaft. Was also, wenn wir eine Prüfung nicht bestehen? Wenn wir wie über diesen Stein hier, der in unserem Leben liegt, gestolpert sind? Was dann? Dann gehen wir zurück zum Kreuz. Fallen auf unsere Knie und sagen, Jesus, vergib mir. Ich habe es nicht geschafft. Danke hast du für meine Prüfung schon bestanden. Danke. Und so bitten wir Jesus um Vergebung, stehen wieder auf, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und wenn wir es dann mal packen und dieser Stein zu einem Trittstein in unserem Leben wird, sagen wir auch Danke, Jesus. Das ist Gnade. Schön, dass ich dir jetzt ein bisschen ähnlicher sein darf. Mach bete zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du für uns versucht worden bist. 40 Tage lang, dein ganzes Leben lang immer wieder. Und an meiner Stelle all die Versuchungen erlebt hast und sie bestanden hast ohne Sünde. Danke, Jesus, dass du auch für meine Schuld gestorben bist. Jedes Mal, wenn ich eine Versuchung nicht bestanden habe, nicht widerstehen konnte. Danke, Jesus. deine Vergebung, die du uns heute Morgen auch anbietest. Und so, Jesus, bitte ich dich, dass wir wie jetzt vor dich kommen können. Sag, es tut mir leid, wenn ich sie in der letzten Woche nicht geschafft habe. Vergib mir. Und Jesus, hilf mir in der neuen Woche die Prüfung zu bestehen. Amen.